Aua. Alles no Maid, komm rein! Ich geh mal! Komm mal, komm, Mannu! Mann, wink noch mal ganz kurz, Mannu! Auf Wiedersehen, Mannu! Oh nein! Was habt ihr mit mir vor? Hilfe! Komm, heil zurück! Bennie! Jetzt darfst du einmal hier rein. Bink! Genau. Hilfe! MANU! Hallo Manu, heute für einen kleinen Spaziergang. Leute, Hilfe! Manu! Hilfe! Ganz ruhig, ganz ruhig. Komm! Bisschen schneller? Ja. Schön, hast du gut geschlafen? Hallo! Sag mal hallo zu deinen Freunden. Nicht so nah ran hier, ne? Leute, was soll ich machen? Hallo Candy. Bis nachher. Candy! Guck mal, dass du wegkommst! Gäppel runter. Oh oh. Was war das gerade? Gäppel, beschütz mich. Was war das gerade, Paluten? Nein, tu nichts Paluten an! Und mir auch nicht, bitte. Paluten! Mann! Mannu! Hilfe! Weiter, Mannu. Weiter. Hilfe! Er kommt bald wieder ein paar Tage, Mannu. Wir machen kurz einen kleinen Spaziergang. Mannu! Dann seht ihr einen viel, viel besseren Mann. Komm! Hilfe! Ich bin der Manuel! Hilfe! Das bist du, Mannu. Wie lange noch? Komm, Mannu. Das hat doch Spaß gemacht. Ey, nicht so traurig sein. Nein. Na komm, Mannu. Na komm. Mannu, geht's gut! Alles ist in Ordnung! Ja, komm. Jaaa. Wir machen uns da hinzu, Mannu. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Na komm. Was ist mit deinen Armen? Geht's dir gut, Mannu? Hallo, ihr... Wir sehen uns später. Mannu! Mannu! Mannu, Mannu, Mannu! Alter, dieser Typ. Wir müssen Mannu helfen. Was ist man mit dem machen, Mann? Wir müssen irgendwie hier raus. Manu? Ja? Manu, was haben Sie mit dir gemacht? Meine Arm, mein Bein. Was hast du da in der Hand? Erbrochenes. Oh Mann. Fütterungszeit. Schön rein ins Mull. Guten Morgen, guten Morgen. Wo sind denn meine Lieblingsgäste? Boah, Alter. Guten Morgen, Herr Bergmann. Hallo. Guten Morgen. Na? Habt ihr euch gut eingewöhnt? Ja. Ich hab mir ne eigene Ecke hier hinten genommen. Das ist aber ganz, ganz schön, Zombie. Ja. Mal looten, wie geht's dir? Nicht gut. Mhm. Das ist dein Problem. Geh mal ein Stück zur Seite, die da hinten ist. Candy. Okay. Hab sicherlich Hunger. Kommen wir zu euch rein. Ich erschrecken. Hallo. Er möchte denn zuerst etwas zu essen. Ich. Du? Ja. Das ist dir schmecken. Heute ist ja ganz schön grün. Ja. Was ist das? Hallo, Kind. Oh, lecker. Hast du auch was für mich? Ich kann mich dir teilen. Danke. Danke. Candy. Extra Portion für dich. Nimm. Friss. Was ist das? Biss. Komm. Nur mehr. Du musst groß und stark werden. Schön dick. Fettig. Ich geh hin wieder. Und, äh... Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Aufenthalt. Beide du, mein kleiner Kürbiskopf. Hab ein bisschen Sorge um dich. Hast du viel erlebt. Viel Furchtbares. Ist doch alles viel zu viel für eine einzige Seele, oder? Ja. Brauchst du mal Urlaub? Brauchst du mal Urlaub? Ja, Urlaub wär gut. Ich kann dir Urlaub geben. Nein, nicht so einen Urlaub, bitte. Kein Urlaub, nein. Kein Urlaub, nein. Kein Urlaub in meinem Kopf. Kein Urlaub in meinem Kopf, bitte. Hallo. Manu! Sprich nach Kotze. So sieht's auch aus, Alter. Mir schmeckt's. Das freut mich. Schönen Tag euch! Warte, ich... Hat noch jemand Kotze? Ich hab immer noch Hunger. Danke, Candy. Hallo, Candy. Lass dich nicht von dem belästigen können. Lass dich nicht von dem belästigen können. War mehr Candy. Der atmet ganz schön laut. Was ist denn das für ein Heavy Heart 3? Junge, wieso bin ich so langsam? Ah, jetzt geht's. Okay, Handy. Okay. Mal looten, er ist am Fenster. Wunder, er ist ein kranker Stalker, Mann. Oh! Es ist ganz schön rutschig hier. Ohohohohohohoha! Ist der da gerade runtergefallen? Ist der tot? Ich weiß es nicht. Aber es... Okay. Wie ist denn jetzt? Hinter dir. Hinter dir, Paluten. Wo denn? Ich seh ihn nicht. Da. Am Fenster war er gerade. Oh! Oh! Zombie, was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Mir ist kalt. Ja. Kannst du mir nicht deinen Schal geben? Der ist leider, glaube ich, ein bisschen fest. Oh, nee. Die Farben. Oh, Mann. Wo, Candy? Ich hab hier etwas. Was hast du denn, Candy? Mehr von dem grünen Schleim? Als Herr Bergmann uns etwas zu essen gebracht hat, hab ich etwas stibitzt. Einen Knopf! Einen Knopf! Candy, du Meisterdiebin! Oh, dann können wir ja fliehen. Ja, perfekt. Warte mal. Hat jemand... Mist, ey. Ist mega dunkel hier. Warte. Ich packe den einfach hier an die Side. Zack. Direkt durch. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Sieht irgendjemand irgendwo Herr Bergmann? Nee, ich seh nicht. Ich bin gerade weg zu sein. Okay, wir müssen unbedingt zu Manu. Okay, ich folg dir. Mann. Ich hab von Manu schon lange nichts mehr gehört. Ich seh da unten, Herr Bergmann. Ganz ruhig. Pssst. Hä? Ist das nicht die Zelle? Wo ist Manu? Hä, wann wurde der denn hier rausgebracht? Oh, hab ich mich gerade erschreckt. Gott, der ist Mutant. Ja. German Let's Play Mutant. Aber den hatte ich auch in dieser einen Vision gesehen. Okay, Leute. Wir müssen hier irgendwie raus. Ekelhafte Kreatur. Definitiv. Lass uns einfach hier die Treppe runter. Go, go, go. Okay, ich bin hinter dir. Oh Gott, wir müssen aber Manu irgendwie noch retten. Auf jeden Fall. Ich weiß aber auch nicht, wo er ist. Guckt ihr hier in jede Zelle. In jede. Okay. Okay, hier ist noch ungespielt. Revie. Warte mal. Hier müsste doch auch noch Professor Ente irgendwo in einer sein. Oh Gott. Hoffentlich nicht. Ich sehe Stegi. Hä? 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 Die Zellen leer. Dann lasst uns schnell nach unten. Okay. Hast du eine Ahnung, wo unsere Ausrüstung sein könnte? Nee, absolut keine Ahnung. Wir müssen, wir gucken einfach direkt unten. Okay. Warte mal ganz ruhig. Guckt euch direkt hier unten auch nochmal um. Ja, hier sind ja auch noch Zellen. Die ist absolut, die eine ist komplett dunkel. Ist nichts. Candy, siehst du irgendwas? Oh, das ist ein Verbrecher. Okay. Die hatten wir damals, die hatten wir damals auch in dem Zapdos Gefängnis besiegt. Ah ja. Candy, hast du irgendwas? Achso. Nein. Sorry. Ich war in dem einen Modus. Okay, dann lasst uns hier vorsichtig jetzt ganz ruhig sein. Nein. Ja, komm her. Ja, komm her. Das sieht ich. Ey, lass mich in Ruhe, Paluten. Oh ja, ich bin Edgar. Ich bin Edgar. Ich bin ganz ganz ruhig. Ich schmecke ganz lecker. Oh jo jo. Oh nein, Paluten, bitte nicht. Ich bin so ganz gefangen hier. Bitte komm nach Freedom und rette mich. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Ich bin... Oh nein. Paluten, die Falle. Bapapapapapapapu. Je, aber Paluten, bitte nicht. Bitte dies mich nicht. Bitte dies mich nicht. Oh nein. 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 Ich weiß es nicht. Ist da jemand? Hallo? Hallo? Hier rein. Schnell rein. Schnell rein. Oh Gott, ich sehe überhaupt nichts. Hallo? Oh Gott, er kommt. Heil dich. Hallo? Ist doch jemand. Hallo? Ich glaube, er ist weg. Gott sei Dank. Willkommen. Ja. Kennt ihr alles gut bei dir? Ohne Karotte? Wo hast du denn die Karotte? Hast du die hier gefunden? Ja. Hast du auch welche für uns über? Ja, das wäre wirklich... Das Ikea-Fleisch ist nicht so lecker. Dieser nervige grüne Schleim. Mann, wo ist Manu? Die kleine Fraz. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Zurück ins Dorf. Oh, Dankeschön. Und uns ausrüsten. Genau. Und dann schlagen wir zurück. Dann zerstürmen... Oh, hier sind Kisten. Denkst du, Manu, geht's so lange gut, während wir unterwegs sind? Ich hab... Ich weiß es absolut nicht. Wir müssen jetzt hier irgendwie rausfinden. Ah, warte mal. Ich schlag hier einfach mal die Fackel. Vorsichtig, ich seh da unten. Ikea-Fleisch hab ich auch ganz viel. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hab's genommen. Haha. Hier geht's weiter. Hey. Lauf vor. Jo. Oh Gott. Wo liegt denn hier Fleisch? Hallo? Hier ist doch jemand. Hallo? Hallo? Da kommen wir glaube ich rüber. Zack. Schnell beeilt euch, beeilt euch. Ich höre euch doch. Lauf, lauf, lauf. Ja, ich bin bei mich. Ja, ich bin bei mich. Kommt. Kommt schnell, 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 schnell. Oh Gott, der konnte es nicht kriegen. Lauf, 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 lauf. Go, go, go. Ich bin nicht jetzt. Seid ihr alle noch da? Ja. Das Candy ist auch da. Passt schon auf. Geht geradeaus. Hallo? Hier ist eine Sackgasse, verdammt. Oh oh. Oh oh. Wo führst du uns hin? Ich weiß es nicht. Ich... Hier einfach weiter, 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 weiter. Hier nach links. Oh? Hier geht's rein. Ich hab so Angst. Was ist das denn hier? Ich sehe da hinten. Wir sind wie hier. Ich weiß es nicht. Hier sind Hausstationen. Was ist das? Hallo? Gott, sind das Mutanten? Shade of Leonard. Ist gar nichts. Was sind das für Viecher? Ich weiß es nicht. Okay, das scheint aber... Warte mal. Hier vorne ging's noch längs. Oh! Hallo? Lauf, 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 lauf! Oh Gott! Lauf! Hier nach links! Hier nach links! Hier nach links! Warte da! Nein! Hopp, 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 hopp! Einfach weiter! Einfach weiter! Candy? Okay. Candy ist auch noch da. Hopp, 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 hopp. Einfach. Oh Gott! Stehen bleiben! Du musst doch irgendwo rausgehen. Was ist denn das für ein komisches Labyrinth? Hier war die... Hier sieht's gut aus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier muss doch irgendwas sein. Hier geht eine Leiter nach oben. Hoffen wir. Nein! Sind wir... Nee, warte, hier geht's raus! Oh Gott sei Dank. Go, beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch! Ich bin direkt hinter dir. Oh, ich hab nur noch zweieinhalb Herzen. Ich hab mega viel Fallschaden bekommen. Wo ist die Seite, wo? Egal. Nurfalls müssen wir einfach schwimmen. Kommt. Einfach weg hier. Oder warte, warte! Baut hier einfach schnell... Schnell was ab. Und dann schnell ein paar... Paar Boote bauen. Sneaken! Alle sneaken! Ich bin jetzt nicht. Gott hoffentlich findet ihr uns jetzt nicht schnell. Hallo. Ich weiß nicht. Wo ist sie in Zagrampi? Hallo. Hallo Tim. Du kannst doch den kleinen Dimmel Let's Play dich alleine lassen. Gut, ich hab ein Boot. Brauchst du auch Essen? Ich brauch noch eins. Ich brauch noch eins. Okay, warte. Dann nur du das Erste. Okay. Okay, ich hab auch eins. Eins ist tot. Dann nimm nur noch eins von uns. Ah, Gott sei Dank. Okay, go, go, go. Okay, schnell, 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 schnell! Da seid ihr ja. Was?! Hallo. Schneller! Schneller! Lute!